Jehaa! Auf geht's! Wir mussten schneller werden! Schneller! Du sagst es, Torch! Torch! Oh, Kumpel! Unsinn! Kannst du mir mit etwas helfen? Das sollte funktionieren! Oh! Tom, Torch! Wir haben zu arbeiten! Komm, Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo, Team Toolbox! Es gibt einen Notfall beim Frozen Playground! Miegel trug Weihnachtsgeschenke, als seine Frachttür offen blieb! Jetzt liegen die Geschenke auf dem gesamten Frozen Playground und werden nicht rechtzeitig ankommen! Miegel braucht eure Hilfe, um sie aufzuheben und Weihnachten zu retten! Beeilt euch! Anima Butch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Totsch! 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 Oh, ja! Schauen wir uns das mal an. Team Toolbox repariert das in Nullkommanix. Ah, das war nicht so einfach. Denkst du, was ich denke, Torch? Kalte Zeit zum Denken. So es geht. Hi, Chihuahua! Schießt! Ich kann nichts sehen! Aua! Ich bin so erschützt. Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe, richtig? Anima-Bot aktiviert! Anima-Pop, los! Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen. Sei vorsichtig, mein Freund! Hehehehe! 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 Wirklich? Hehehehe! Oh! Wirklich? Hehehehe! Wir brauchen mehr Tempo! Kippidu! Gute Arbeit! Team Toolbox versagt nie! Ein bisschen Extra-Arbeit für uns, Todd! Sehen wir uns das mal an! Los geht's, Team Toolbox! Hast du das gehört? So cool! Ich kann nicht warten, ich kann nicht warten! Ich bin so glücklich! Große Arbeit! Team-Arbeit für immer! Wow! Schau dir das an! Hm! 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 Oh! Hm! Danke, Kumpel! Danke, Kumpel! Irgendetwas stimmt hier nicht! Team Toolbox auf zur Rettung! Stimmt, Torch? Komm, Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo Team Toolbox! Wir haben ein Problem im Wald! Bill Dorser steckt in Schwierigkeiten! Er hat versucht, Süßigkeiten vom Baum abzugleichen! Aber er ist zwischen den Ästen stecken geblieben! Team Toolbox! Du musst helfen, Bill Dorser zu befreien! 5 Knall Rocket Anima downloaden! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? 6 Auf! Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Totsch, schnell, gehen wir! Oh! Keine Sorge, großer Junge, wir holen dich raus! Hm! Haha! Oh! 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 Hm! Hehe! Woohoo! Come talk, we're at no Simba-cum! Hehehe! Okay. Aber was ist falsch? Oh nein, wir müssen abstürzen. Oh nein, wir müssen abstürzen. Oh nein, wir müssen abstürzen. Wir müssen einen anderen Weg finden, um das Problem zu lösen. Oh! 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 Ich habe eine Idee. Zeit, die Animabot zu benutzen. Animabot aktiviert! Anima Pop! Close! Juhu! 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 Gib alles, Kumpel! Sei vorsichtig, mein Freund! Okie dokie! Wow! Juhu! 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 Bereit, Kumpel? Okie dokie! Oh, oh, oh. Los, 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 los. Johnny? Torch? Ein Anima kreist in Not. Zeit zu gehen. Komm schon, Torch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Wheel Elephant ist in Panik. Er ist beim Giant Bean und zerstört Blumen. Es sieht so aus, als würde er nicht die Richtige finden. Ich glaube, er sucht nach der schönsten Blume für seine Geliebte. Team Toolbox, ihr müsst helfen. Es sieht so aus, als hätte er es eilig mit dem Valentinstag. Anima Watch, check. Anima Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs. Beilen wir uns. Ja, los geht's. Team Toolbox, komm. Oh, oh. Niemals. Was machen wir? Was machen wir? Denkst du auch, was ich denke, Torch? Guter Junge. Das sollte funktionieren. Komm schon, wir werden das hinbekommen. Ist das nicht wunderbar? Komm schon, wir werden das hinbekommen. Hallo, Johnny. Ich denke, wir sollten jemanden anrufen, der dir hilft. Könnten wir etwas aus den Baumstämmen da drüben machen? Zeit, die Anima Watch zu benutzen. Anima Watch aktiviert. Anima Pop, los. Los. Hallo, mein Freund. Wir brauchen deine Hilfe. Kannst du mir mit etwas helfen? Kannst du mir mit etwas helfen? Lass uns beeilen. Lass uns beeilen. Oh? Duh?! Duhuuuuh. Thuck. Wir haben schon Toll. Wir haben zu arbeiten. Das wird großartig. Da ist es. Los, 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 los. Hey, Chihuahua. Großartig. Wo? Was machen wir? Was machen wir? Noch einmal. Ihr wart großartig, Team Toolbox. Es ist Spielzeit. Oh, ha, 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 ha. Juhi. Unsinn. Teamarbeit ist die beste Arbeit. Unsere Arbeit ist erledigt. Gute Arbeit, Hotsch. Autsch. Wow, mir geht's gut. Puh, das war knapp. Los geht's, wir reparieren alles. Komm schon, Torch, wir haben zu arbeiten. Hallo Team Toolbox, es gibt einen Notfall in der Bucht. Er wollte sein neues Nest bauen, aber dieser ungeschickte Junge versuchte, diesen riesigen Holzklotz in der Luft aufzufangen und fuhr viel zu schnell. So stürzte er auf den Strand und scheint verletzt zu sein. Miegel braucht eure Hilfe. Anima Wotsch. Check. Anima Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beheilen wir uns! Jaaa, los geht's! Großartiger Ort zum Landen! Lass uns beeilen! Keine Sorge, wir kümmern uns um dich. Schauen wir uns das mal an! Hm, ich verstehe! Das sollte funktionieren! Ich denke, es wird dir jetzt besser gehen. Juhu, du schaffst das! Autsch! Autsch! Oh, ich war sicher, dass das funktionieren würde. Warum funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Oh, Kumpel! Oh, Kumpel! Torch! Dummer Hund! Oh, richtig! Ich habe eine Idee! Anima Wotsch aktiviert! Anima Wotsch aktiviert! Anima Wotsch aktiviert! Ich bin mir sicher, dass du mir behütlich sein wirst. Bereit, Kumpel? Da ist es! Fangen wir an! Tut und ich finden immer eine Lösung! Hab keine Angst! Das ist unglaublich! Hi Chihuahua! Kippidu! Team Toolbox! Auftrag ausgeführt! Jihau! Es ist Spielzeit! Was für ein Abenteuer heute! Findest du nicht auch, Torch? Sei vorsichtig! Gemeinsam reparieren! Freunde für immer! Ja! Komm schon, Torch! Wir haben zu arbeiten! Danke, Kumpel! Komm, Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo, ihr beiden! Wir haben ein Problem bei Martell Rock! Schaut euch das an! Schaut euch das an! Anima Watch! Anima Watch! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Fl transportation! Anima ihn bei Musik! Anima speak! 8. Hola! Hey da! Ein Animatool kann alles sehen. Habt keine Angst. Haha! Das sollte funktionieren. Lass uns ein paar Freunde rufen. Anima Bot, aktiviert! Anima Bot, los! Anima Bot, los! Anima Bot, los! Wuh! Haaa! Wirklich? Wir waren vielleicht zu schnell, Kogel! Sit-a! Los! Anima Bot, los! Ta-ta, los! Tag-a! Hey! G$! Segar TR соб лишь mit Ihren eilen. Lass uns die Grenzen! Pass auf! Ich hab das nicht kommen sehen! Hä? Großartig! Team Toolbox! Auftrag ausgeführt! Das war der Wunschung! Wufff! Wufff! Ja! Hahaha! Teen Choi-Bong-Sai-Bang, hier! Oh! 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 Ich bin so glücklich. Mach dich gefasst. Lass uns einen neuen Trick probieren. Juhu! Hey, Chihuahua! Danke, Kumpel. So cool! Komm schon, Torch. Wir haben zu arbeiten. Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Johnny, es gibt einen dringenden Notfall. Unsere Freunde Bill Dozer und Wheel Elephant haben große Angst vor dem ankommenden Sturm bekommen. Das Wiesengebiet wird richtig hektisch. Bill Dozer und Wheel Elephant fahren panisch überall herum und stoßen alles um. Sie fahren auch auf ein anderes Animakatsu, das Tractodile. Schau, er schläft und könnte verletzt werden. Du musst deine Sachen packen. Schnell und ihm helfen. Anima Watch. Check. Anima Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Oh, der Sturm bringt mich außer Kontrolle! Oh, der Sturm bringt mich außer Kontrolle! Fertigmachen zum Landen, Torch! Hm? 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 Huh? Huh? Komm, lass es uns retten! Oh! Torch! Hilfe! Ah! 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 Anima Tool gleich Super Tool! Ah! Ha! 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 Ah! Wow! Mir geht's gut! Oh! Hey! Wo ist Torch? Torch! Tatsch, der war Hund. Warum funktioniert das nicht? Zeit, die Anima-Watch zu benutzen. Anima-Watch aktiviert! Anima-Pop, los! Hahaha! B Zhao! B carteira! B Bucketقد! Geh entlang! Hallo, mein Freund! Wir brauchen deine Hilfe! Halte aus! Los, los, los! Los, los! Geh ha! Du schaffst das! Fangen wir an! Juhu! Großartig! Juhu! Das ist unglaublich! Schack einen Torch! Juhu! Danke, Kumpel! Na also! Es ist Spielzeit! Juhu! 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 Bereit, Kumpel? Ich zittere vor Aufregung. Vielleicht doch nicht so nützlich. Sieht so aus, als wäre es hier passiert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Keine Zeit zum Denken. So was geht's? Komm, Torch. Wir haben zu arbeiten. Hallo, Team Toolbox. Es gibt einen Notfall bei Martell Rock. Dumbtrucks war dabei, Steine zu verkleinern, als er in Schwierigkeiten geriet. Er ist auf Treibsand gefahren, aber er ist wirklich schwer und sinkt schnell. Wenn er nicht bald etwas tut, wird er in den Treibsand gesaugt. Du musst ihn finden und überlege dir einen Weg, wie du ihn da rausholen kannst. Und zwar schnell. Anima-Rutsch. Check. Anima-Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Lass uns hier landen, Torch! Was ist denn hier passiert? Mit meinen Tools und meinem Schnurrbart ist nichts unmöglich, stimmt's, Totsch? Oh nein, es hängt fest! Wow! Ah! 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 Ich decke fest hier! Ich glaube, wir brauchen dabei etwas Hilfe! Lass uns ein paar Freunde rufen! Anima Bot aktiviert! Anima Bot! Close! Lass uns ein paar Freunde, wir brauchen uns ein paar Freunde! Oh! 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 Wir müssen einen anderen Weg wenden, um das Problem zu lösen. Du schaffst das! Das sollte funktionieren. Große Arbeit! Danke, Kumpel. Es ist Spielzeit! Was für ein Abenteuer heute! Findest du nicht auch, Totsch? Totsch! Gewoffen! Das ist so lustig! Gemeinsam reparieren, Freunde für immer! Lass uns einen neuen Trick probieren! Juhu! 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 Komm schon, Totsch! Komm, Totsch! Wir haben zu arbeiten! Hallo, Team Toolbox. Wir haben ein Problem am Strand. Wheel Elephant steckt in Schwierigkeiten. Er war dabei, eine Sandburg am Strand zu bauen. Aber wegen seiner schwachen Batterie ist Neil Elephant eingeschlafen und die Flut steigt. Team Toolbox, ihr müsst Neil Elephant helfen, aufzuwachen. Die Flut ist auf dem Vormarsch. Anima rutscht. Check. Anima Tool kontrolliert. Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Großartiger Ort zum Landen! Hm, ich habe eine Idee! Das sollte funktionieren! Hm, vielleicht doch nicht so nützlich. Na also! Oh nein! Es ist die Ferne hier oben! Oh! Hä? Oh! 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 Toad! Du mach und! Zeit, die Anima Bot zu benutzen. Anima Bot aktiviert! Ok. Anima Pop! Close! Hallo mein Freund! Wir brauchen deine Hilfe! Fangen wir an! Lass uns beilen! Das ist unglaublich! Helfen tut nicht weh! Das ist unglaublich! Das ist unglaublich! Sei bitte vorsichtig mit deiner Kraft! Na also! Gut gemacht! Schlag ein Torch! Gemeinsam reparieren! Freunde für immer! Das ist unglaublich! Komm schon Torch! Wir haben zu arbeiten! Komm Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo Team Toolbox! Und alles Gute zum Geburtstag Torch! Aber wir müssen jetzt aufhören zu scherzen! Oh! Tarts! Der Mahon! Es gibt einen dringenden Notfall! Als ihr den Parktree verlassen habt, kam Cheek Crane und fing an eure Reste zu essen! Johnny! Du hast vergessen die Kerze auszublasen und jetzt brennt der Ort! Schau dir das arme Animaka an! Cheek Crane ist in Panik! Es ist ohnmächtig geworden! Du musst dich beeilen! Nichts ist unmöglich für Team Toolbox! Anima Watch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Team Toolbox ist auf dem Weg! Lass uns dieses Animaka retten! Juhu! Hallo? 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 Oh! Liegt es an mir, oder? Wie komme ich da dran? Komm! Lass es uns retten! Oh! 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 Das sollte funktionieren! Oh! Ho! Oh! 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 Wir schaffen das alleine nicht. Wir brauchen Hilfe. Zeit, die Anima-Watch zu benutzen. Anima-Watch aktiviert! Anima-Watch! Close! Anima-Watch! Anima-Watch! Kalte Zeit zum Denken! Nowos geht's! Was machen wir? Was machen wir? Los, los, los! Lass uns von hier verschwinden! Oh, das war knapp! Ah, boom! Oh! 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 Bereit, Kumpel? Yum, yum! Hihi! Hihi! Hol es! Okay! Beilen wir uns! Komm, Torch! Wir haben zu arbeiten! Hallo, Jungs! Frohes Thanksgiving! Wheel Elephant hat versucht, den perfektesten Kürbis für den Kuchen zu finden! Aber schau dir diese riesige Kürbisbestie an! Sie ist selbst für das stärkste Animaka viel zu groß! Der arme Wheel Elephant hat seine Schaufel gebrochen! Und jetzt wird er nicht mehr ohne den Kürbis nach Hause kommen wollen, um den du ihn gebeten hast! Jetzt braucht Wheel Elephant deine Hilfe! Du musst seine Schaufel reparieren und eine Lösung finden, um diesen Kürbis nach Hause zu tragen! Anima Wutsch! Check! Anima Tool kontrolliert! Bereit für ein bisschen Aktion, Torch? Hilfe ist unterwegs! Beilen wir uns! Ja! Los geht's! Fertigmachen zum Landen, Torch! Jaha! Farbe macht so Spaß! Jaha! Schieß! Ich hab' es fast getroffen! Schieß! Ich hab' es fast getroffen! Schieß! Ja! Schieß! Lass uns ins bei uns. So! Und geht's los! Als mal lösen! Schieß! 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 will. Ah, ich denke, es wird dir jetzt besser gehen. Gleich locker. Nein, nein, nein. Guter Junge. Sieht so aus, als bräuchten wir Hilfe, richtig? Animabot aktiviert. Animabot, close! Hier kommt unser Freund, um uns zu helfen. Großartig! Meilen wir uns! Fangen wir an! Gib alles Kumpels! Geht's dir gut? Oh, was für eine harte Nuss. Bitte immer um Hilfe, wenn du in Not bist. Komm schon, wir werden das hinbekommen. Team Toolbox versagt nie. Komm schon, wir werden das hinbekommen. Gemeinsam reparieren, Freunde für immer.